Ich versuche zumindest Ihnen zu erzählen, was geschehen wird. Siegen heißt den Tag zu überleben. Da geht es um meine Reportagen aus Syrien, um Nahaufnahmen aus Syrien. Und das ist ein Zitat eines Aktivisten der sogenannten modernen, demokratischen Opposition. Den hat er zu mir gesagt heuer im August. Ich habe mit ihm in Aleppo telefoniert. Während der Luftangriffe und er hat gesagt, das ist so zusammengeschrumpft. Das, was wir 2011 wollten, eine Revolution. In erster Linie ging es ja da nicht um den Sturz des Regimes oder des Präsidenten Bashar al-Assad. Da ist es ja eigentlich um große Begriffe wie Würde, Menschenrechte und auch Rechtsstaatlichkeit gegangen. Das sind ganz, ganz wichtige Themen, die ich meine, eine sehr große Rolle auch bei der sogenannten Flüchtlingsbewegung spielen. Ich tue mir da beim Begriff Welle ein bisschen schwer, weil ich seit, wie lange jetzt, seit ungefähr 20 Jahren Kriegs- und Krisenreporterin bin. Sehr lange auch bei News und beim Kurier und bei internationalen anderen Medien. Ich habe wesentlich Schlimmeres erlebt. Also wir sehen zum Beispiel jetzt noch 1,4 Millionen Menschen, die aus Afghanistan in den Iran geflohen sind. 1,9 Millionen nach Pakistan. Also ich bringe Ihnen gleich einige Zahlen. Das, was wir erlebt haben, ist eigentlich im globalen Vergleich sehr gering. Aber es hat uns an Grenzen gebracht. Und ich denke, das muss man ernst nehmen. Und was ich hoffe und was ich auch versuche mit diesem Vortrag Ihnen ein bisschen vor Augen zu führen, ist den Blick von der Krise zur Chance zu wenden. Es ist ein Allgemeinplatz, man bemüht damit immer ein chinesisches Schriftzeichen. Aber ich glaube, dass sowohl dieser sehr schwierige Syrien-Konflikt mit all seinen verheerenden Konsequenzen für uns birgt ziemlich, ziemlich große Chancen. Was ist passiert? Es sind in Syrien seit 2011 die Zahlen der Opfer immer mehr gestiegen. Das hat begonnen eigentlich mit 10.000, 20.000 Toten. Ab 2014, ab einer Veränderung des Konfliktes, Frau Ratzenbeklossens ist einfach, es ist gescheit, es irritiert mich nur und die Zuhörer. Machen wir es auch. Versuch es auswendig. Ich glaube, wie Syrien ausschaut, haben Sie irgendwann schon mal gesehen. Was ist 2013, 2012 passiert? Man hat ja schon vorher die Revolutionen erlebt in Ägypten, in Libyen, in Tunesien, Teilenbach, Rhein, natürlich auch in Jemen. Man hat geglaubt, das lässt man einfach sich selbst über. Weil die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ich habe aus den Konflikten aus Ägypten und ganz besonders aus Libyen berichtet, im Umgang mit diesen Revolutionen haben uns eigentlich verunlösbare Probleme gestellt. Mit uns meine ich jetzt einmal die internationalen Verantwortlichen in den Staatskanzleien der EU und den USA. Man gab Ländern die Freiheit, die uns eigentlich, ich formuliere es jetzt ein bisschen überzogen, eigentlich ein Jahrzehnt erpresst haben. Weil, was war 2001? 2001 gab es die Anschläge der Al-Qaeda auf das World Trade Center. Und damals schien, und das ist ja heute noch schlimmer als je zuvor, islamistischer Terror ist die ganz große Bedrohung. Die Langzeitpräsidenten und wie wir es ja immer sich tituliert haben, Moama Gaddafi, Oberst Moama Gaddafi, nennen wir sie Machthaber unterschiedlicher Diktaturschattierungen, haben in diversen internationalen Konferenzen zugesagt, wisst ihr was, wir garantieren euch Stabilität. Stabilität ist das politische Zauberwort, die harte politische Währung gewesen. Wir, unsere Staats- und Regierungschefs und auch die der USA haben diese Stabilität in Kauf genommen, für diese Stabilität, das Verletzen von Menschenrechten in Kauf genommen. Man hat gefürchtet, wenn es freie Wahlen, wenn es freie demokratische Zustände im Nahen Osten gäbe, dann würde möglicherweise islamistische Gruppen wie die Muslimbruderschaft an die Macht gekommen. Und genau das ist passiert. Bei den ersten freien Wahlen in Ägypten Ende Dezember, Anfang Jänner 2012 und dann später bei den Präsidentenwahlen, da gewann überwältigend die islamistische Muslimbruderschaft. Eigentlich hat es eine Zweidrittelmehrheit für den Islamismus gegeben. 48% für die Partei der Muslimbruderschaft für Freiheit und Gerechtigkeit und dann noch 25% für eine Salafistenpartei. Also plötzlich war, es ging ein Rucken durch Staatskanzleien dürfen, die überhaupt frei seien. Kommen denn dann nicht jene an die Macht, die eigentlich für den für uns so gefürchteten Terror verantwortlich sind? Nehmen wir Immanuel Sawahiri, den derzeitigen Chef der Al-Qaeda. Immanuel Sawahiri, als junger Mann, Student in Kairo, wollte Kinderarzt werden, tritt der Muslimbruderschaft bei. Geht 1965 für die Muslimbruderschaft ins Gefängnis. Wird da tradikalisiert? Wir erleben ja unter Nasser die erste große Repressionswelle gegen die Muslimbruderschaft. Ab den späten 50ern bis 70, bis er stirbt. Was passiert im Haft? Tausende werden ermordet. Immanuel Sawahiri und Al-Qaeda, ein neuer Führer der Muslimbruderschaft, gründen aus dem Gefängnis heraus die Bewegung des internationalen Dschihads, als die Muslimbruderschaft und dann als Assad ab 1970 wieder erlaubt wird. So quasi Guido Westerwelle hat es einmal so formuliert, man könnte hoffen, dass sie aus der Muslimbruderschaft eine CSU wird. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Er hat das in Tunesien nach den ersten Wahlen geäußert. Also die Muslimbruderschaft oszilliert zwischen dem Idealzustand CSU, ich lasse dich dahingestellt, ob die CSU ein Idealzustand ist, aber ich glaube innerhalb des demokratischen Rahmens sehr wohl, da würde man uns freuen, und der Al-Qaeda. Das ist eine sehr, sehr große Spannbreite, die sie abdeckt. Und dann passiert politisch etwas total Faszinierendes, das wir eigentlich nur aus der Physik aus der heißen Bergischen Theorie kennen. Wie wir diese Bewegung beobachten, so reagiert sie auf die Beobachtung. Das heißt, je repressiver man vorgeht, je mehr man sie bedrängt, desto radikaler wird sie. Emanuel Savahiri, einst Muslimbruder, schwört der Muslimbruderschaft ab und wird Chef der Al-Qaeda. Also es ist ein wahnsinnig schwer zu fassen, das Gebilde, das dann die Macht kommt. Auch eine Partei der Muslimbruderschaft gewinnt die Wahlen in Tunesien. Für uns gar nicht so bemerkt, der marokkanische König Mohammed führt sofortige Reformen durch, um eine Revolution in seinem Land zu verhindern. Auch hier gibt es neue Wahlen im November 2011. Auch hier kommt die Muslimbruderschaft an die Macht, regiert bis zum heutigen Tag. Und in Syrien zeigt sich, dass dieser Aufstand rasant dazu führt, dass bewaffnete Gruppen im Spektrum der Muslimbruderschaft an Macht gewinnen. Die sogenannte moderate Opposition, die Mainstream-Revolution, die aus den Aufständen ab März 2011 gegen Bashar al-Assad herauskommt. Diese Gruppe steht im Spektrum der Muslimbruderschaft. Und da beginnt es kompliziert zu werden. Weil anders als das homogene Ägypten, das homogene Tunesien, ist Syrien ein Vielvölkerstaat oder ein Zweivölkerstaat, wenn man die armen Turkmenen, die nur eine kleine Minderheit auslässt und sich nur auf 10% Kurden, 90% Araber konzentriert. 23 Millionen Einwohner haben wir 2011. Davon sind, hier wird es ganz kompliziert, ungefähr 20 verschiedene Religionsgruppen zu beobachten. Sehr viele davon sind die unterschiedlichen christlichen Kirchen. Grosso modo haben wir es mit 70% Sunniten, ungefähr 12% Christen und Alawiten zu tun und dann noch einige andere Gruppen. Also hier geht es ein bisschen komplizierter. Und hier ist das große Problem, dass die syrische Muslimbruderschaft bereits seit den 1980er Jahren striktes verboten ist, die Mitgliedschaft mit dem Tod bestraft wird. Und das kam von einem ersten Aufstand gegen das Regime der Assads bereits in den späten 70er und frühen 80er Jahren, wurde brutal niedergeschlagen mit der Ausradierung der Stadt Hamer. 30.000, 40.000 Tote, das Stadt Hamer liegt in Zentralsyrien. Als jetzt die Revolution auch auf Syrien überspringt, nach Tunesien, nach Ägypten, nach Libyen, mit dem 11. März 2011, da beginnt dieses Syrien, das auch seine Stabilität uns verkauft hat mit dem Machthaber Assad. Solange die Assads an der Macht sind, ist Syrien stabil. Bis zum heutigen Tag klingt das ja immer wieder so. Wenn man den Assad wegnimmt, oh mein Gott, was passiert denn dann? Großartig. Muammar Gaddafi, dem ist es gelungen, G8-Gipfel in L'Aquila 2009, der Stadt, wo das Erdbeben war. Muammar Gaddafi wird zurück in die internationale Gemeinschaft geführt. Sanktionen gegen Libyen werden gestoppt. Warum? Weil Muammar Gaddafi sagt, eine Million Menschen aus Sub-Sahara-Afrika sitzen in Libyen und warten darauf, Überzug zu treten nach Europa. Ich garantiere, dass die nicht kommen. So viel Geld hat er gar nicht nehmen können, wie man ihn angeboten hat, damit die bleiben. Also wir haben hier zwei Zauberworte. Kampf gegen Terrorismus, Kampf gegen Migration. Beides wird von den undemokratisch regierenden Machthabern uns versprochen. Und dann werden die durch demokratische Revolutionen beseitigt, einer modernen, säkularen Elite, ganz stark von Frauen. Und was passiert dann? Terrorismus und Massenmigration. Eigentlich genau das, wovor wir uns gefürchtet haben. Das erlebe ich momentan als die große Wertekrise zwischen beiden Regionen. Wir haben sozusagen gelernt, dass Stabilität, der Schutz von Grenzen, das Abschotten von Grenzen uns schützt. Und wir haben gelernt, dass es tatsächlich so ist, wenn wir mit undemokratischen Machthabern internationale Vereinbarungen schließen, dass die halten. Denn die Anschläge in Europa haben sich massiv verschärft. Sie sind nicht erfunden worden 2011, aber sie haben sich verschärft. Das heißt, der logische, politische, richtige Weg wäre, genau das zu tun. Das Regime Assad zu schützen und unsere Grenzen abzuschotten. Aber das ist ein verheerender Weg. Der langfristig dazu führen wird, dass im Pulverfass explodiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür. Das sehe ich nicht politisch oder auch nicht parteipolitisch oder sonst irgendwie rein faktisch. Also, die Balkanroute ist geschlossen. Wir haben einen Deal mit der Türkei. Hätte ich jetzt Folien, würde ich Ihnen gerne eine zeigen über die Flüchtlinge aus Syrien, die in der Türkei sind. 2,6 Millionen in der Türkei, ein bisschen mehr als eine Million in Jordanien, eine Million in Libanon, so groß wie Oberösterreich. Problem Nummer eins. Diese 2,6 Millionen, die in der Türkei sind, die sind nicht irgendwo in der Türkei. Die sind zu 90 Prozent an der syrisch-türkischen Grenze. Exakt dort, wo momentan die Offensive gegen Mosul beginnt. Exakt an diesem Punkt, wo sich seit August der arabisch-kurdische Konflikt massiv zuspitzt und vor allem der türkisch-kurdische Konflikt. Also ein hochkomplexes, stellen Sie sich Ihnen vor, wie eine Erdbebenlinie in St. Andreas Falte. Da laufen drei oder vier große politische Erdlinien zusammen. Genau dort, wo 2,6 Millionen Flüchtlinge leben. Wir sehen seit August eine Eskalation dieser Konflikte. Problem Nummer zwei. Ich war im Februar an der syrisch-türkischen Grenze, an der Grenze, also wirklich physisch beim Grenzbalken. Ich durfte da nicht rein. Das Problem ist nämlich, es darf auch niemand raus. In dem Moment, wo Europa die Grenzen geschlossen hat, haben auch Jordanien, der Libanon und die Türkei die Grenzen geschlossen. Und auch irgendwo mitten in Europa. Ich habe heute die Zahl gesehen. Es gibt allein in Griechenland momentan 66.000 Flüchtlinge, die quasi im, sie sind zwar nicht im Liemannsland, weil Griechenland gehört wem, das wissen wir. Aber eigentlich im politischen Liemannsland. Die können nicht vor, nicht zurück. In die Türkei zurück geht es nicht so leicht. Nach vor geht es auch nicht mehr. Hier gibt es einen internationalen Bericht, drei Wochen alt, massive Fälle von Frauenhandeln, von Kinder, sexuellen Missbrauch von Kindern. Ende September wurde auf Lesbos, wo alleine noch 7.000 Menschen sitzen, ein Zeltlager in Feuer gesteckt. Es ist vor drei Tagen eine Frau und ihr Flüchtlingskind, ich glaube aus Afghanistan, überfahren worden in Athen. Es gab Zustände, nahe eines Bürgerkriegsartige Zustände für einige Stunden. Egal wie man das Problem löst, wie man politisch zu dem Problem steht, ob man sagt, ja wir in Europa haben eine Bringschuld oder wenn man sagt, na das überfordert uns, das was wir haben ist schon genug. Das müssen andere wissen. Nur den Status Quo einzufrieren und ihnen einen Erfolg zu nennen, ist leider ein großer Irrtum. Weil wir reden sehr häufig davon von 300.000 Menschen, die jetzt derzeit unter heftigsten Luftschlägen. Hier gibt es eine Folie, die behauptet, was momentan in Aleppo passiert, seit Juni. Die Intensität Ost-Aleppo, der Luftschläge ist vergleichbar mit 58 Erdbeben, der Stärke 7 nach Richter pro Tag. Da gibt es keine Ärzte mehr, da gibt es keine Krankenhäuser mehr. Ich war während dem Krieg in Aleppo, ich habe erlebt, wie Amputationen ohne Narkose durchgeführt wurden. Also ich habe ein junges Mädchen gesehen, das von einer Fassbombe einen Splitter in der Leber hatte, wo es keine Antibiotika mehr gab. Ein Arzt hat zu mir gesagt, wir geben Aspirin, wenn wir ein Bein abschneiden müssen. Wir haben hier das riesengroße Problem, ich schweife einmal kurz von der Flüchtlingsproblematik ab. Wir haben drei Millionen syrische Kinder, die sind geboren, nachdem der Krieg ausgebrochen ist und mittlerweile eine halbe Million Tote. Aber das noch größere Problem, verzeihen Sie mir, dass ich so zynisch bin, sind die Überlebenden. Es ist nämlich so, dass wir wahrscheinlich eine verkrüppelte Generation haben. Ich habe mir sehr schwer getan, ich habe einen amerikanischen Kinderarzt über dieses Begriff verkrüppelt gesprochen, crippled auf Englisch. Der hat jetzt drei Wochen in Aleppo gearbeitet. Er musste pro Tag bei zehn Kindern Amputationen durchführen. Das ist ein sehr belastetes Wort, aber es ist leider präzise. Wir haben uns selber schwer getan, ob ich das in einem Interview mit ihm machen kann. Es gibt keine Rehabilitation für diese Kinder. Es gibt keine Prothesen für diese Kinder. Es gibt diese Kinder, sagt der Arzt zu mir, haben nie Normalität erlebt, nur Gewalt. Dann haben wir einen, wenn wir bei den Kindern kurz bleiben, die Hälfte Syriens, territorial, nicht Bevölkerung, so ein Unterschied, ist vom islamischen Staat seit Juni 2014 eingenommen. Das ist eine lange Zeit, bei drei Jahren. Diese Kinder gehen in Schulen, die nach einem irrwitzigen islamistischen Lehrplan geführt werden. Acht Millionen Menschen leben dort. Jetzt rechnen Sie Ihnen ungefähr Daumen mal Bier, wie viele Kinder das sind. Da haben wir noch die Kinder überall anders, die in Aleppo, in Damaskus, unter der Kontrolle des Regimes, sich zu Tode fürchten vor dem Fremden, dem Anderen. Denn diese drei Volksgruppen, die ich beschrieben habe, sind einander fremd und feind geworden. Das andere, es gibt Kinder, die wachsen in Daraya, in einer Vorstadt von Damaskus auf, das ist ungefähr so weit weg wie, was nehmen wir denn, Traun von Linz. Die haben noch nie den Dom gesehen. Stellen Sie sich nur einmal vor, ein sechsjähriges Kind aus Traun, das noch nie den Dom gesehen hat. Aber jetzt stellen Sie sich nur einmal etwas anderes vor. Verzeihen Sie, Herr Stilzer. Die Landesregierung Oberösterreichs würde in Moskau aufgetreten sein. Ich unterstelle Ihnen das in keiner Sekunde. Ich versuche nur zu vermitteln, wie schrecklich das ist, was dort passiert. Und hätten die Delikatessen Oberösterreichs, gäbe es keine Sanktionen, wäre das ja durchaus ein denkbares Szenario, bei der Lebensmittelmesse in Moskau präsentiert. Mit den Feinsten, was Oberösterreich zu bieten hat. Während die Kinder in Traun Hungerbäuche hatten und 120 Menschen aus Hunger starben. Weil die syrische Regierung die Vorstädte abschottet. Also ich glaube bei uns, es ist unvorstellbar, wenn man sich das einmal runterbricht. Darum ein drittes Mal entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie persönlich genannt habe. Aber dann versteht man, glaube ich, geht es einem erst in Fleisch und Blut, über was das eigentlich für die Menschen bedeutet. Und glauben Sie mir, die Leute aus Traun würden jemals noch dieser Regierung auch nur einen Millimeter über den Weg trauen. Genau das versuchen aber internationale Diplomaten gerade in Genf. Das heißt, wir haben hier unterschiedlichste Formen der Traumatisierung, der Angst vor dem Fremden. Und da haben wir eine kleine Minderheit, eine Million Menschen kamen im vergangenen Jahr nach Europa. Zu ungefähr 75 Prozent aus Syrien, der Rest aus dem Irak und Afghanistan. Da haben wir also Menschen, auch viele bei uns, 85.000 Asylanträge in Österreich, ich daumen mal bi, sind das wahrscheinlich 40.000 Syrer und Syrerinnen. Die Kinder, die da jetzt geboren werden, diese Menschen, die hier leben, die erleben einen Rechtsstaat. Die erleben, dass der Herr Stelzer nie im Leben nach Moskau fahren würde, zu einer Lebensmittelmesse, während er trauen aushungert. Die erleben, wie absurd uns so ein Szenario vorkommt. Die erleben, was für uns das Normalste von der Welt ist, Normalität. Einen Rechtsstaat, einen funktionierenden Rechtsstaat. Und das scheint mir noch immer unterbelichtet zu sein. Also wir, natürlich, von den Deutschkursen her, was uns das abfordert, die Menschen zu integrieren, die traumatisiert, wir haben es erlebt, wieder gerade in Wien, erschrocken von dem Krieg kommen, mit einem hohen Bildungsniveau, von dem nichts mehr übrig ist, weil sie nur noch von Angst zerfressen sind, nur über Lebenskampf kennen. Das ist eine gigantische Herausforderung. Und jeder, der denkt, ach, das ist easy und schubi tu, das machen wir einfach so mit links, irrt sich. Ich habe der Frau Ratzenberg vorher erzählt, ich bin seit, eben seit 99 in allen Krisen- und Kriegsgebieten, als ich in Koller Schlag stand, bin im Oktober, war ich sehr irritiert. Da war Aleppo, da war Damaskus, da war Kabul. Und Freunde, ich habe euch alle in den vergangenen zehn Jahren besucht und jetzt seid ihr alle da. Und wenn man weiß, wie viele, ich sage es einfach einmal ganz plakativ, dort sind, dann wird einem bang, auch mir. Obwohl ich mich sehr darüber freue, dass es uns gelingt, unseren Reichtum ein bisschen mit diesen Menschen zu teilen. Und ich formuliere das sehr bewusst so positiv. Aber, wir sehen also Chancen. Jetzt kommen wir zurück zu den geschlossenen Grenzen, zu den 300.000 Menschen aus Aleppo, mit denen ich begonnen habe. Ui, da gibt es so Aufrufe. Und unsere Bundesregierung sagt, wir spenden da jetzt zwei Millionen oder Milliarden. Es ist irrelevant. Weil es kann niemand nach Aleppo. Und was noch viel schlimmer ist, diese Menschen können aus Aleppo nicht fliehen. Weil es uns nicht gelingt, eine politische Lösung zu finden für den Konflikt. Weil dieser Konflikt, weil wir geglaubt haben, jetzt komme ich wieder zu 2012 und zu Jesus Maria, da kommen die Muslimbruderschaft an die Macht und wir wissen jetzt nicht, ob uns nicht der Assad lieber wäre. Jetzt wäre uns es am liebsten, es wäre nochmal 2012, weil jetzt haben wir nämlich Russland im Spiel auf Seiten des Assads. Wir haben mittlerweile eine Assad-Armee, die zwar so heißt, aber keine mehr ist. 80 Prozent aller Soldaten sind entweder geflohen ins Ausland, desertiert oder tot. Die Bodentruppen der Assad-Armee bestehen aus ungefähr sechs verschiedenen republikanischen Garten des Irans und der Hezbollah-Miliz. Nur zur Information, laut US-Gesetz, nicht EU, auch eine Terrororganisation. Also Terror ist mittlerweile auf beiden Seiten vertreten. Die moderate Opposition, die ausgehungert wurde, besteht mittlerweile, gibt es nur mehr, weil die Al-Nusra-Front, die sich jetzt mittlerweile umgedauft hat, Al-Qaeda-Gruppe ist. Das heißt, nichts zu tun, wegzuschauen, hat genau wohin geführt. Dass wir vor den massivsten politischen Problemen stehen eigentlich seit Beginn der Zweiten Republik. Diese 100.000 Menschen in Daumenmobil, die gekommen sind, scheinen unsere Gesellschaft tatsächlich spalten zu können. Das lassen wir zu und das zeigt eigentlich auch, wie fragil noch unsere Demokratie 60 Jahre nach dem Krieg. Da soll man nicht ungerecht sein mit den Menschen, die sich noch schwer tun damit. Es hat dazu geführt, dass die EU in einer beispielslosen Krise gelandet ist. Der Brexit war nur deshalb möglich in dieser Form, in diesem Ausgang, weil die Angst vor Einwanderung bestanden hat. Mit rechtsradikalen Parteien, von Ungarn bis Frankreich, auch in Österreich und in Deutschland. Die massiv, wie die ADF zuletzt bei den Wahlen in Berlin, an Stimmen gewinnt. Das heißt, dieses Syrien-Konflikt, was hat der mit uns zu tun? Es ist eine brutale Lehre der Geschichte. Nichts zu tun, wegzuschauen, wenn er nur gelitten wird, ist der absolut schlechteste Variante. Das ist so wie im richtigen Leben. Wenn mir etwas wehtut und ich sage, das wird schon wieder. Nein, es wird nicht. Im schlimmsten Fall bleibt es so gleich, wie es ist und im noch schlimmeren Fall wird es ganz, ganz schlimm. Das heißt, was uns fehlt, ist einfach der Mut zur proaktiven Außenpolitik, zur proaktiven Politik. Dazu zu sagen, ja, das ist eine Chance und es ist nicht alles schwarz und weiß. Die Flüchtlingswelle, ich nenne es jetzt wieder, so ist es nicht an sich gut und an sich böse. Es ist frei nach Frankl. Das Leben stellt uns Fragen und wir sollten Antworten darauf finden. Und das sind unterschiedliche Antworten. Nur, was mir abgeht momentan, ist der Mut, sich diesen Antworten zu stellen. Ich werde oft gefragt, warum halten Sie das aus? Sie fahren von einem Krieg zum anderen. Also momentan schreibe ich ein Buch nach dem anderen, was schwerer auszuhalten ist für mich persönlich, weil es mir mehr anstrengt, zu Hause zu sein, als fortzufahren. Aber gut, ich werde alt und muss mich auch neu arrangieren im Leben. Aber trotzdem fahre ich noch immer gerne in den Krieg. Aus einem Grund, weil es mir möglich ist, das Leben, so wie es 2016 Realität ist, auch zu sehen. Das, was wir hier erleben, ist eine Insel, eine Blase des Wohlstands und des Reichtums, das so eigentlich weder nachhaltig im ökologischen, noch im politischen Sinne ist. Mit diesen Flüchtlingen hat die Realität an unsere Tür geklopft. Und man kann jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das ist alles so fürchterlich, was die Frau Ramsauer sagt. Da sitzen 2,6 Millionen Flüchtlinge an der türkisch-syrischen Grenze, die vielleicht auch noch kommen. Möglicherweise. Uns werden Antworten einfallen. Aber vielleicht gelingt es uns, aus dieser Krise heraus eben diese Chance zu sehen. Nicht nur für die einzelnen syrischen Kinder. Diese, die hier sind, die sind das Humankapital, die Syrien einmal aufbauen werden. Da können wir 100 Trillionen US-Dollar hin, die nach Afghanistan geflossen sind und nichts genutzt. Weil man braucht nicht Geld, sondern Humankapital. Das sind die Menschen, die jetzt hier bei uns sind und darum sind die eine gigantische Chance. Das lasse ich mir nicht nehmen und das lasse ich auch niemanden ausreden. Aber jetzt sind einmal sozusagen unsere Politiker dran. Und dieser Mut hier proaktiv und mutige Politik zu machen, ich gebe gleich das Wort an Sie. Das kommt von Menschen wie Ihnen, wenn man Ihnen das Gefühl gibt, sie sind auch, es wird auch wohlwollend aufgenommen, politisch mutig zu sein. Und man wird dann nicht einem On- oder Offline-Shitstorm ausgesetzt. Und ich glaube, das sind gerade Träger der Erwachsenenbildner, wie Sie die Schlüssel stellen, die diesen Mut aus der Bevölkerung heraus zu den Entscheidungsträgern tragen können.